Ralf Benjohani-Schulte, wir machen heute den Opener hier. Sehr, sehr viele Künstler sind heute da. Verschiedene Regionen aus dieser Welt. Verschiedene Instrumente, bekannte und unbekannte. Und es wird ein sehr interessanter Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß. Musik 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 Ich spiele Wuzuk, das ist mein Instrument. Es ist ein Zupfinstrument und hat schon CGC gestimmt. Es ist ein altes Instrument. Sie ist ungefähr 4000 Jahre alt. Sie kommt aus einer Tambours-Familie. Sie kommt aus dem Mittel-Est, Syrien, Kurdistan, Iran. Musik Musik Also ich bin im Rahmen dieses Projekts eigentlich ursprünglich mit einer syrischen Freundin aufgetreten, die Klavier gespielt hat. Und die konnte jetzt heute nicht kommen. Und darum habe ich gemeinsam mit meinem Bruder so ein kleines Programm zusammengestellt. Also ein bisschen ungeplant. Und wir, da wir aus Israel kommen, zur Hälfte. Musik 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 Oh Freund, vergib mir, ich baue mir ein Haus Musik Und lass dich nicht zu mir hinein. Musik 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 Bosse, bin ich mit dir, was ich mit dir und ich bin, was ich mit dir, was ich mit dir Vielen Dank! Ein neues Friedenslied aus Palästina, es spricht über den Wunsch nach Frieden zwischen den Völkern. Unsere Musik passiert genau darauf. Wir kommen zusammen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen, um auf das zu schauen, was uns jeweils besonders macht und auf das, was uns eint. Und unsere Verbindung in der Musik wird getragen durch den Wunsch nach Verständigung und der Entdeckung der Schönheit im Anderen. Ein neues Friedenslied aus Palästina Ein neues Friedenslied aus Palästin Juba 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 Juba